in diesem video zeige ich dir wie du den google constant mode in der basic variante und in der advanced variante mit dem cookie banner und dem google tech manager einrichtest den theoretischen teil also was der google constant mode überhaupt ist werde ich in diesem video überspringen ich finde dazu gibt es schon genug informationen aber wenn du dich da noch mal informieren möchtest dann kann ich dir das video von dem youtube kanal datenversiert empfehlen wenn dir dieses video weiterhilft dann gibt dem video auf jeden fall einen daumen nach oben ich wünsche dir jetzt ganz viel spaß beim zuschauen und los geht's wenn du den google constant mode in dem real cookie banner noch nicht aktiviert hast dann wird in dem oberen bereich eine meldung angezeigt dass über google analytics 4 keine zielgruppen mehr gebildet werden können genau das gleiche gilt auch für das google ads remarketing und hier wird auch noch angezeigt dass keine conversions mehr über google ads verarbeitet werden können das habe ich bisher zum glück noch nicht erlebt es kann aber sein dass das mit dem nächsten update auf jeden fall passieren wird deswegen würde ich dir empfehlen dass du den google constant mode auf jeden fall aktiviert für diese seite und auch in vielen von meinen tutorials habe ich für die installation den google tech manager verwendet für diese beispiel seite habe ich in der statistik gruppe google analytics 4 installiert und in der marketing cookie gruppe befindet sich das google ads conversion tracking und auch der facebook pixel damit das ganze in dem google tech manager auch datenschutz konform konfiguriert ist habe ich dafür ein opt-in event benutzt zum beispiel gibt es hier ein opt-in event für den facebook pixel genau das gleiche gibt es auch für google analytics 4 und wenn ich eine conversion tracken möchte dann habe ich dafür immer eine trigger gruppe erstellt und in der trigger gruppe befindet sich dann wieder das opt-in event und ein weiteres event für die aktion auf der webseite die conversion auslöst über diesen weg konnte man ein datenschutz konformes tracking einrichten durch den google constant mode ändert sich das ganze ein bisschen und wie du so ein setup dafür anpassen kannst das zeige ich dir in diesem video das was sich ändern wird das sind die auslösenden trigger die werde ich später alle anpassen aber vorher muss ich noch in dem real cookie banner plugin ein paar sachen anpassen deswegen gehe ich wieder zurück in das plug-in und dann kannst du direkt über die meldung in dem oberen bereich den google constant mode aktivieren oder du klickst auf die einstellungen wählst dann auf der rechten seite den google constant mode aus und wählst hier aktiviert aus wenn du weiterhin dein ganzes tracking über den google tech manager verwalten möchtest was ich dir tatsächlich auch empfehlen würde dann musst du hier den google tech manager auch noch aktivieren und darunter gibt es noch ein paar weitere einstellungsmöglichkeiten dieser teil ist am anfang ziemlich verwirrend ich finde es ist doch nicht wirklich gut und verständlich in der dokumentation beschrieben aber worum es hier eigentlich geht das ist nur der unterschied zwischen dem basic mode und dem advanced mode ich werde dir zuerst zeigen wie du den basic mode einrichtest deswegen klickst du einfach in dem unteren bereich auf einstellungen speichern und vielmehr musst du dann auch nicht mehr machen im anschluss wird eine neue meldung in dem oberen bereich angezeigt dass du die service vorlage für google analytics und auch für google ads anpassen musst das kannst du machen indem du direkt auf service bearbeiten klickst oder du klickst auf die services und wählst dann die jeweilige vorlage aus ich klicke jetzt einfach mal auf service bearbeiten dann wirst du direkt zu dem richtigen bereich weitergeleitet und der teil der sich jetzt in der vorlage angepasst hat das sind die verschiedenen einwilligungsarten für den google constant mode hier solltest du auf jeden fall den haken bei analytics storage setzen und wenn du google analytics auch für deine google ads kampagnen benutzt dann kannst du auch bei storage user data und personalisation den haken setzen das ganze speicherst du ab und dann muss noch mal genau das gleiche für die google ads vorlage machen deswegen klicke ich wieder auf service bearbeiten in der google ads vorlage wähle ich storage user data und personalisation aus aber nicht analytics storage weil du das nur für google analytics brauchst da speicherst du dann wieder ab und in dem real cookie banner plugin hast du dann auch alles für den google constant mode soweit konfiguriert als nächstes musst du in dem google tech manager noch ein paar anpassungen vornehmen zuerst kann ich den vorschau modus einmal ganz kurz öffnen wenn du hier die verbindung herstellt dann öffnet sich die seite in einem neuen tab da kannst du dich ganz normal bewegen und in dem tech assistant kannst du verfolgen welche tracking codes ausgelöst wurden auf der linken seite sehe ich den seiten aufruf und wenn ich hier drauf klicke dann sehe ich zum beispiel dass die ganzen tracking codes noch nicht ausgelöst wurden obwohl ich auch den optin gemacht habe in der übersicht gibt es auch einen neuen bereich und das ist der constant bereich auf der rechten seite wenn du hier drauf klickst dann siehst du zum beispiel die verschiedenen constant einstellungen von dem nutzer für verschiedene parameter am anfang gibt es die standard parameter von google dann gibt es hier ein paar parameter für den content blocker und am ende gibt es auch noch drei parameter für die tracking codes die ich verwende einmal ein parameter für google analytics 4 für das google ads conversion tracking und für den facebook pixel und diese parameter muss ich als trigger für meine tracking codes hinterlegen damit das tracking weiterhin datenschutzkonform eingerichtet ist auf der linken seite findest du auch die verschiedenen constant einstellungen zum beispiel kann ich hier draufklicken dann wurde automatisch überall der constant gegeben weil das noch in den einstellungen so angepasst war aber wenn ich zum beispiel die seite aufrufe und dann einen opt-out mache und diesmal keine einwilligung akzeptiere dann wieder zurück in den tech assistant gehe und mir den letzten seiten aufruf anschaue dann wird hier überall denied angezeigt außer bei den essentiellen cookie gruppen beziehungsweise parametern und in so einem fall sollte dann auch kein tech ausgelöst werden was aktuell sowieso nicht funktioniert weil die alle noch falsch konfiguriert sind das kannst du anpassen indem du wieder den google tech manager öffnest auf die verwaltung klickst oben links in der ecke und in den container einstellungen die einwilligungsübersicht aktiviert das speicherst du einmal ganz kurz ab und dadurch dass du diese funktion aktiviert hast findest du in dem arbeitsbereich unter den text oben rechts in der ecke ein schild symbol und wenn du hier drauf klickst dann kannst du die ganze einwilligung für die text die du in deinem google tech manager konto konfiguriert hast anpassen das kannst du machen indem du einen tech auswählst oder hier direkt drauf klickst zum beispiel kann ich die google analytics 4 konfiguration auswählen wenn du ein bisschen nach unten scrollt findest du die einstellung zur nutzer einwilligung neben der integrierten einwilligungs prüfung musst du auch noch eine zusätzliche einwilligung hinzufügen dafür klickst du einfach auf das pluszeichen und dann musst du hier einen wert eingeben und dieser wert löst den text später aus den wert findest du entweder direkt in dem real cookie banner dafür willst du einfach den tag aus beziehungsweise die vorlage klicks auf bearbeiten und unter der einwilligung findest du dann den parameter google analytics analytics 4 oder du kannst auch den tech assistant öffnen den constant mode oder den constant bereich auf der linken seite auswählen dann nochmal auf constant klicken und dann findest du auch hier den namen den würde hier raus kopieren kannst dann gehst du wieder zurück in den google tech manager und fügst den hier ein den trigger musst du auch noch ändern weil wir das ob den event nicht mehr brauchen weil der tag jetzt über die zusätzliche einwilligung ausgelöst wird deswegen kannst du als trigger ganz normal das all pages event bzw den trigger benutzen und das ganze speichern diesen schritt musst du jetzt für deine anderen text genauso machen ich kann nochmal das google analytics 4 event für die danke seite auswählen dann scrollst du wieder ein bisschen nach unten klickst auf die zusätzliche einwilligung und fügst hier wieder das google analytics 4 event bzw die einwilligung hinzu den trigger kannst du auch wieder anpassen die trigger gruppe die brauchst du nicht mehr du kannst einfach nur die danke seite als trigger auswählen und das ganze speichern genau das gleiche mache ich für das google ads conversion tracking unter der zusätzlichen einwilligung muss ich jetzt natürlich einen anderen namen eintragen nämlich den namen für das google ads conversion tracking deswegen kopiere ich mir den hier raus füge den hier ein den trigger kann ich auch wieder anpassen ich lösche die trigger gruppe und wieder das danke event aus beziehungsweise den danke trigger speicher das ganze ab dann mache ich noch genau das gleiche für den facebook pixel scroller ein bisschen nach unten klicke auf zusätzliche einwilligung kopiere mir hier den namen für den facebook pixel raus trag den hier ein und bei dem facebook pixel muss ich genau wie bei dem oder bei google analytics einfach nur den all pages trigger auswählen und das ganze speichern vielmehr musst du für den basic mod ich machen deswegen kann ich das schließen den vorschau modus kann ich auch noch mal schließen und neu starten damit ich das ganze auch noch mal überprüfen kann deswegen stelle ich wieder die verbindung her klicke auf den tech assistant und wenn ich jetzt mir die startseite angucke dann wird immer noch kein tracking code ausgelöst vermutlich weil die treten kurz alle abgelehnt wurden genau deswegen klicke ich noch mal auf die privatsphäre einstellungen klicke auf alle akzeptieren gehe wieder zurück in den tech assistant dann habe ich hier den neuesten seiten aufruf hier wird jetzt überall granted angezeigt und wenn ich auf die text klicke dann wird hier google analytics 4 und der facebook pixel ganz normal ausgelöst das kann ich auch noch mal überprüfen indem ich nur die statistik cookie gruppe auswähle und in dieser cookie gruppe befindet sich google analytics 4 deswegen klicke ich auf individuelle auswahl speichern gehe wieder zurück in den tech assistant und diesmal wird nur google analytics 4 ausgelöst und nicht der facebook pixel für den opt-out kann ich das auch noch mal überprüfen indem ich ohne einwilligung fortfahre dann gehe ich wieder zurück in den tech assistant und es wird auch kein tracking code ausgelöst da scheint alles zu funktionieren das ist die basic version von dem google constant mode als nächstes möchte ich dir auch noch zeigen wie du den advanced mode von dem constant mode einrichtest dafür musst du wieder zurück in den real cookie banner gehen den advanced mode kannst du aktivieren indem du wieder die einstellungen aufrufst dann auf den google constant mode klickst und die dritte und vierte einstellungsmöglichkeit aktiviert damit bestätigst du einfach nur dass du die daten schon tracken möchtest bevor der nutzer seine einwilligung gibt das tracking erfolgt dann über sogenannte cookie less pinks datenschutz technisch ist das ein bisschen kritisch deswegen würde ich dir auch davon abraten aber ich wollte dir trotzdem zeigen wie man so etwas einrichtet diese einstellung speicherst du auch wieder ab und dann wird in dem oberen bereich wieder die meldung angezeigt dass du deine service vorlagen für google analytics und für google ads anpassen musst der grund dafür ist dass du jetzt schon die tracking codes auslösen möchtest bevor ein nutzer seine einwilligung gibt und in den service vorlagen ist eingestellt dass die tracking codes erst ausgelöst werden soll nachdem ein nutzer sein einverständnis gegeben hat das kannst du anpassen indem du direkt auf service bearbeiten klickst und unter der rechtsgrundlage musst du das berechtigte interesse also den opt out auswählen und nicht den opt in das speicherst du ab und dann machst du noch genau das gleiche für google ads indem du wieder auf service bearbeiten klickst dann den opt out auswählst und das ganze speicherst viel mehr musst du dann auch nicht machen ich kann auch mal den vorschau modus neu starten um das ganze auch zu überprüfen deswegen stelle ich wieder die verbindung her gehe zurück in den tech assistant und bestätige das ganze dann kann ich auch noch mal kurz die privatsphäre einstellungen ändern und auf alle akzeptieren klicken wenn ich dann in den tech assistant gehe dann werden hier alle tracking codes ganz normal ausgelöst in dem content ist auch überall granted angegeben und der unterschied ist wenn ich jetzt zum beispiel einen opt out mache also auf weiter ohne einwilligung klicke dann anschließend noch mal die privatsphäre einstellungen öffne dann ist der haken bei statistik und bei google ads weiterhin gesetzt das einzige was entfernt wurde das sind die zwecke das sind die parameter für zum beispiel ad storage und analytics storage also die ganzen google parameter die wurden entfernt aber das google ads conversion tracking und auch google analytics ist weiterhin aktiv das kann ich jetzt auch noch mal überprüfen indem ich den tech assistant aufrufe und wenn ich mir den letzten seiten aufruf anschaue dann sehe ich dass alle tracking codes beziehungsweise alle parameter auf denied gesetzt wurden aber wenn ich mir die text anschaue dann wird google analytics 4 weiterhin ausgelöst das kannst du auch überprüfen indem du mit der rechten maustaste auf inspect klickst dann unter dem network oben links in der ecke collect eingibst dann aktualisiere ich die seite auch noch mal kurz die requests werden dann auf der rechten seite angezeigt und wenn du hier drauf klickst dann findest du unter gcs eine zahl wenn die bei 100 liegt dann bedeutet es dass kein konzent an google gegeben wurde aber die daten trotzdem über sogenannte cookie less pinks getrackt werden darüber kannst du überprüfen dass der advanced mode auch wirklich funktioniert wenn ich hier zum beispiel auf alle akzeptieren klicke und mir dann die requests auf der rechten seite anschaue dann steht hier zum beispiel g 111 und das bedeutet dass der konzent für google ads und für google analytics gegeben wurde die tracking codes werden auch weiterhin angezeigt hier zum beispiel der google analytics 4 tag ganz normal ausgelöst der facebook pixel natürlich auch wenn ich das kontaktformular auf der seite ausfülle dann wird auch ganz normal die conversion für google ads und auch für google analytics 4 ausgelöst das kann ich auch kurz demonstrieren indem ich auf senden klicke dann in tech assistant zurückgehe und hier wird dann ganz normal die conversion für google ads und für google analytics 4 ausgelöst bei dem request steht weiterhin g 111 weil ich den opt in gemacht habe das heißt der konzent wurde ganz normal gegeben und wenn ich hier einen opt out mache also auf weiter ohne einwilligung klicke dann lädt die seite noch mal neu es wird mir ein neuer request angezeigt hier steht jetzt g 100 das bedeutet es wurde kein content gegeben und wenn ich den tech assistant mir anschaue dann wird trotzdem eine google ads conversion getrackt eine conversion in google analytics wird auch getrackt obwohl ich den opt out gemacht habe das ist der einfachste weg um zu überprüfen dass der advanced mode von dem google content mode auch funktioniert es gibt auch noch die möglichkeit zu überprüfen ob der konzent nur für google analytics gegeben wurde und nicht für google ads oder nur für google ads und nicht für google analytics der ablauf ist aber genau das gleiche deswegen denke ich dass ich dir das jetzt nicht zeigen brauche das kannst du in dem developer tool auch überprüfen indem hier bei gcs g 110 steht wenn nur für google ads der konzent gegeben wurde und wenn nur für google analytics der konzent gegeben wurde dann steht hier g 101 ich hoffe dass dir diese informationen erstmal weitergeholfen haben den google content mode für deine webseite zu installieren ich weiß dass der advanced mode auf jeden fall verlocken klingt trotzdem würde ich dir empfehlen dass du den basic mode benutzt weil du damit einfach datenschutz technisch auf jeden fall auf der sicheren seite bist und am ende musst du die ganzen tags in dem google tag manager auch noch veröffentlichen damit der google constant mode auch auf deiner webseite live ist so 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 so